Oh, das ist schon so spät. Los, jetzt kommt ein Menü. Jetzt kommt das. Ja, ja, ja. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebes Publikum, Sie werden sich fragen, wieso schickt er den Kollegen weg? Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, jetzt kommt das Show-Highlight des Jahres. Angela Merkel hat letzte Woche gesagt, den Menschen in Deutschland ging es noch nie so gut wie im Augenblick. Gleichzeitig ist das Volk unzufrieden wie lange nicht. Trotz der niedrigsten Arbeitslosenzahlen seit einem Vierteljahrhundert. Woher kommt diese Diskrepanz? Sind wir am Ende da alle verzaubert? Ladies and Gentlemen, hier ist er, der unglaubliche Manelli. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder, ich werde Ihnen jetzt zeigen, wie die Bundesregierung jeden Monat diese erstaunlichen Arbeitslosenzahlen aus dem Hut zaubern. It's magic. Den setzen wir jetzt erstmal in die soziale Hängematte. Wie das funktioniert, meine Damen und Herren, das zeige ich Ihnen jetzt und dafür brauche ich einen Freiwilligen. Dürfte ich einen Freiwilligen auf die Bühne bitten? Dürfte ich Sie vielleicht gerade, bitte? Entschuldigung, ich habe gesagt, anmoderieren, ja, mitmachen, nein. Christoph, jetzt komm, hör mal auf mit dem Scheiß, wir kommen jetzt her, da haben wir abgesprochen. Einen Applaus für die Freiwilligen. Herr Sieber. Sind Sie bereit, Sie es verzaubern zu lassen? Im Oktober 2016 waren in Deutschland nur 2,5 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet. Und das hier sind rund 236.000 Menschen, die auch keinen Job haben. Also auch Arbeitslose. Falsch. Die machen eine Fortbildung bei der Bundesagentur für Arbeit. Darum verschwinden die aus der Statistik. Wie von Geister. Was sind das denn so für Fortbildungen? Das sind Bewerbungstrainings, Computerkurse, Sprachkurse. Nur das Beste, damit Sie fit werden zu dem Arbeitsmarkt. Der hier ist ein 45-jähriger Fremdsprachenkorrespondent, der 5 Sprachen fließend spricht. Was macht der denn beim Sprachkurs? Wahrscheinlich sprechen. Damit er nicht aus der Übung kommt. Garbage in, garbage out, wie der Franzose sagt. It's magic. Und hier, Entschuldigung, das sind ja auch noch ein paar. Was ist mit denen? Ein paar ist gut. Das sind 185.000 Menschen. Aber die zählen auch nicht. Die haben einen Job über private Vermittler und nicht über das Jobcenter gesucht. Gesucht oder gefunden? Gesucht. Für die Arbeitslose Statistik ist gesucht, das neue gefunden. Aber das ist doch irgendwie beschiss, oder? Was ist das? Habe ich da richtig gehört? Christoph, was hast du gesagt, was das ist? Das ist beschiss, ist das doch. Schau mal da, eine Zaube. Und die hier sind die auch nicht in der Statistik? Natürlich nicht. Das sind 160.000 Menschen älter als 58. Arbeitslose Menschen. Die sind nicht arbeitslos. Die sind einfach nur alt. Die schicken wir eh mit 63 in Rente. Wie schicken? Freiwillig. Und wer nicht freiwillig will, der wird halt in die Rente gezaubert. Ihr schickt die zwangsweise früher in Rente? Schau mal, noch eine Taube. Mein lieber, bitte, verruhigen Sie sich hier. Ich lasse mich nicht Kille machen wie Sie hier. Sie wollen uns doch ablenken hier von allem. Und was ist mit denen hier? Soll das ein Euro Jobber sein? Wow, sehr gut. 90.000 Ein-Euro-Jobber brauch ich nicht mal wegzaubern, denn die haben ja einen Job. Entschuldigung, ein Ein-Euro-Job ist kein Job, das ist eine Demütigung. Das sind anspruchsvolle Tätigkeiten, die dazu dienen, den Einstieg in einen richtigen Job zu finden. So, und was macht der hier zum Beispiel so? Bäume zählen. Was? Der zählt Bäume. Im Ernst? Nein, im Wald. Tobi, bitte. It's magic. Wozu soll Bäume zählen gut sein? Damit wir wissen, wie viele Bäume es gibt. Und der Einstieg in welchen Job soll das denn sein? Schau mal, eine Taube. Weg sind Sie. Weg sind Sie, it's magic. Und, 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 bitte. Was, was ist mit denen, die so frustriert sind, dass sie sich nicht mal mehr beim Amt melden? Das sind im Land 313.000 Menschen. Was mit denen ist? Nix. Wer sich nicht arbeitslos meldet, ist nicht arbeitslos. Auch, wenn er arbeitslos ist. Das bedeutet, es sind nur 2,5 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet, aber wir haben 7 Millionen im Land, die von arbeitslosem Geld oder Hartz IV abhängig sind. Minus deren Kinder und minus die, die ihr verschwinden lasst, bleiben 940.000 übrig, die in keiner Statistik mehr auftauchen. Da frage ich mich, warum? It's magic. Ja, außerdem stimmt es. Achtung. 7 Millionen, minus die Kinder, minus die Alten, minus die, die einen Euro-Job haben, minus die, die privat vermittelt haben. Also bei mir stimmt's. Yeah. Und jetzt, und jetzt, meine Damen und Herren, liebe Kinder, jetzt kommt die große Schlussnummer. Der Beweis, dass Zauberei funktioniert. Die offizielle Arbeitslosenquote ist in den letzten 10 Jahren von 10,8 auf 5,8 Prozent geschoben. Ach so, aber jetzt pass mal auf, jetzt machen wir mal richtig magic. Zur gleichen Zeit ist nämlich die Zahl derer, die als Leiharbeiter bei Zeitarbeitsfirmen angestellt sind, von 630.000 auf eine Million gestiegen. Heute sind in Deutschland 7,3 Millionen Menschen geringfügig beschäftigt. Eine Million Rentner sind auf Minijobs angewiesen, weil die Rente nicht mehr reicht. Es gibt ca. 1,2 Millionen Arbeitnehmer, denen der Staat was dazugeben muss, damit sie am Monatsende überhaupt auf Hartz-IV-Niveau kommen. Scheiße, jetzt sind mir die Tauben ausgegangen. Das ist... Aber es ist doch schön, wenn der Staat mit Hartz-IV die schlimmsten Geldsorgen einfach so wegzaubert. Entschuldigung, wenn irgendwann rauskommt, der Staat zaubert, obwohl er nicht zaubern kann und am Ende hier unten noch jemand für 1 Euro einen prekären Job machen muss, dann knallt's. Im Prinzip ist es doch klar, es ist keine richtige Zauberei. Nein, das ist was anderes. Es ist eine Großillusion. Und das ist doch schon immer gut gegangen. Ja.